Die Zahl der Stühle reichte nicht aus in der öffentlichen Sitzung. Das Interesse an der Geno ist riesig. Mittags hatte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt den Senat informiert. Die Nachricht des Tages sickerte dann schnell durch. 27 Mio. Euro Defizit im Klinikbetrieb, das war an sich schon schwer verdaulich. Aber es kann noch schlimmer kommen. Wenn wir z.B. umzugsbedingt noch irgendwelche Schwierigkeiten haben, sodass Leistungen noch mal weiter reduziert werden müssen, dann würden sich optional auch diese 27 Mio. noch mal verschlechtern können. Wie ist Ihr Worst-Case-Szenario? Unser Worst-Case-Szenario liegt bei kalkulierten 32 Mio. Für dieses Jahr? Für dieses Jahr. Immer wieder die Geno. Noch mehr Risiko und so viele Fragen. Wie ist das möglich, wollen die Deputierten wissen, dass das wirtschaftliche Risiko im Bremer Krankenhauskonzern so unkalkulierbar scheint. Ein Erklärungsversuch. Das zeigt sich, dass wir eben in diesem Jahr mit weiteren zunehmenden Bettensperrungen und auch personalbedingten Ausfällen im OP haben rechnen müssen. Da gibt es einen Hochlauf in den ersten 9 Monaten. Und wir haben das jetzt aufs Jahresende hochkalkuliert und haben daher bedauerlicherweise, und glauben Sie mir, das ist uns auch unendlich unangenehm, die Prognose noch mal verschlechtern müssen. Die Deputation tagt im Klinikum Mitte, das größte Geno-Krankenhaus. Derzeit zieht die Klinik in einen Neubau. Gestern haben wir darüber berichtet. Der Umzug zieht alle Kräfte. Und in dieser Situation hageln die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten in den Krankenhausalltag. Also mich persönlich belastet das auch, muss ich sagen. Zumal ich das nicht nachvollziehen kann. Die Arbeit ist nicht weniger geworden bei uns. Wir eben ganz im Gegenteil. Wir haben immer mehr zu tun. Und daher kann ich das auch nicht nachvollziehen. Jutta Dernede erklärte viel, aber nicht alles. Am Ende der Sitzung bleiben Fragen zur Zukunft der Geno und ihrer Führung. Wie lange gucken Sie sich das noch an, dass hier die Defizite wachsen? Ich gucke mir das überhaupt nicht mehr an, sondern ich bin ja dabei, Lösungen zu finden mit entsprechenden Personen. Und da bin ich der Meinung, dass die Verfahren bisher nicht ausreichen und dass auch nicht die richtigen Personen in richtigen Zusammensetzungen im Grunde genommen darüber nachdenken. Bisher hat das Gesundheitsressort nicht bewiesen, dass Bremen Krankenhaus kann. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob nicht das Finanzressort hier besser agieren würde. Die Geno braucht definitiv einen Sanierer von außen. Und zwar im Bereich der operativen Geschäftsführung. Nicht jemand, der berät, sondern jemand, der durchgreift. Trotz unterschiedlichster Gewichtungen also waren sich die Deputierten auch einig. Bremen braucht dringend eine Gesamtidee zur Zukunft seiner Krankenhauslandschaft.